Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge Sons of Medi-Heldblade-Denis-The-Last-of-Arth-12. Ich weiß ja auch nicht mehr, was ich hier mache. Es ist ein Hin und Her, was soll ich sagen. Was macht denn der da? Ah... Der macht hier einfach Dünger drauf. Das ist ja spannend. Ich knall ihn mal hier Dünger rein. Glaube ich. Mal gucken, was passiert. Macht der automatisch Dünger drauf? Ich meine, das wäre cool. Ich lasse ihn mal machen. Und ich würde sagen, 100-100. Wir machen zwei Felder mit Kohl. Warte mal, der kriegt meine Samen. Kohl-Samen, 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 Kohl-Samen. 135. Bäm. So, dann machen wir die beiden Felder. Dann muss ich, glaube ich, bei Vergewaltigung rein. Dann hier bei... Feldschuppen. Und... Vielleicht... Doch nicht. Ich habe... Ne, hier. Feld 3. Ich weiß gar nicht, wo er jetzt gerade ist. Hier ist er auf jeden Fall nicht. Hier ist er auch nicht. Hier ist er auch nicht. Wo ist er denn gerade? Hier. Ich will hier Kohl drauf haben. Wir können Kohl machen. Ich gucke noch mal nach. Nicht, dass ich hier gerade übelst ein Quatsch erzähle und das geht gar nicht. Nimm doch mal... Nimm deinen Sack in die Hand, verdammt. So, Kohl. Genau, es geht nur Kohl. Alles klar. Gut, 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 gut. Kohl, 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 kohl. Kohl, 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 kohl. Ähm, hier. Dann machen wir hier bitte einmal drauf Kohl komplett. Ne? So. Und dann machen wir... Äh, das Feld wurde geändert. Wird die Änderung beibehalten? Ja, das wäre total toll. Und hier auf Feld 3 machst du das bitte auch einmal Kohl drauf. Ja, Kohl. So. Äh, Pflanzenart ändern. Ne, das möchte ich nicht. Kohl. Ja, okay. Und dann... Ähm, so. Und dann haben wir noch Feld 5. Das hilft mir gar nicht. Hier sind nur 25. Mach mal Feld 1. Mach hier mal noch Kohl. Müsste zwar nur... Ich glaube, ich habe zwar nur 35. Warte mal, ich habe 35. Ja, dann mach hier voll den Bums. Mach hier Kohl drauf. Ähm. Und dann machst du... Hier auch noch 5 Kohl drauf. Äh, so. Und dann haben wir eigentlich alles... an Kohl verbraten, was wir haben. Würde ich meinen. So. Mal gucken, was passiert. Ne? Neues Gebäude freigestaltet. Stall. Ja! Der Stall! Ich habe da so viele andere Dinge zu tun. Ähm. Ja, das ist schon mal schön. Aber wir haben ja ein bisschen Zeit. Wir haben uns ja ein bisschen Zeit erkauft. Also wir haben uns ja 10 Tage pro Jahreszeit. Von daher easy peasy. Ich nehme erst mal... Ich mache hier mal Tierfutter rein. Nicht, dass die kleinen Schweinen... Oh, hier ist aber dreckig, Alter. Äh... Nicht, dass die hier... Ne? Füllen. Geil. Was haben wir hier? Sack leer. Was macht man hier rein? Auch eine. Hier kann man Dung sammeln. Okay. Ja, der macht das schon, ne? Der hat doch sonst... Haben wir hier vielleicht noch irgendwas, was wir hier hinstellen können? Ähm... Behältnisse... So ein Trog oder so ein Wassertrog vielleicht? Arbeitsstation, Landwirtschaft... Entfiederungsstation. Okay, cool. Heuhaufen. Machen wir so einen Heuhaufen hier hin, ne? Hier so einen. Der sieht blöd aus. Da ist ein anderer Heuhaufen, der schöner aussieht. Ach, das sind alle. Okay, cool. Hier, guck mal. Da könnt ihr ein bisschen Heuf... Schweine fressen keinen Heu. Aber... Ach, die fressen alles. Jetzt sind wir mal nicht so, ne? Die fressen einfach alles. So Spaniere, Arbeitsstation... Kompost. Weiß nicht. Brauchen wir hier, glaube ich, nicht. Angeldekoration, Wäscherei. Ja, das sehe ich auch so. So langsam. Was haben wir hier noch? Eine Gerbestation. Weiß ich nicht. Muss jetzt nicht unbedingt sein. Holzfäller. Ja, aber... Mann! Ähm... Fallen. Thema verfolge ich auch überhaupt gar nicht, ne? Also, es ist so... So... Blö. Schneemann. Ein Karren. Ein Möbel von ästhetischem Wert. Cool. Jetzt haben wir hier... Glockenpfahl... Taubenschlag... Taubenschlag könnte ich mir eigentlich gönnen, oder? Hier auch mal einfach rein. Noch nicht. Was? Untersche... Ja, du, wenn du das sagst. Ähm... Sitzgelegenheiten... Gut, brauchen wir hier jetzt, glaube ich, nicht unbedingt. Wobei, ich meine... Da kann man sich auch mal hinsetzen und die Schweine beobachten, oder? Weiß ich nicht. Was fresset ihr denn da? Ihr kleines Schweinchen. Okay... Haben wir noch irgendwie so deko-technisch was? Weiß ich nicht. Feuertonne hier noch? Ne, vielleicht... Die würde ich, glaube ich... Weiß ich nicht. Die würde ich... Die packe ich... Hier so. Einfach mal so. Ich wollte es nicht hierhin packen, weil wegen Funkenflug und fackelt alles ab, aber... Hey... Es ist... Was haben wir denn noch Schönes? Behältnisse... Mal so ein Sarg... Ein Bündel... Ein Fass... Ich weiß doch auch nicht. Einfach mal... Einfach auch mal ein Fass hier so... Ich will jetzt... Ich will jetzt kein Fass aufmachen, aber... Er hat schon schwer. Er hat... Das ist hier... Er hat es am schwersten von allen. Wirklich. Den ganzen Tag... Den Tierchen zugucken. Einmal am Tag den Trog füllen. Dumm wegmachen. Also theoretisch. Offensichtlich macht er das jetzt gerade nicht, weil er gar keinen Bock hat. Ne, das ist so... Klar. Natürlich. Er hat es sehr schwer. Das schwierigste Leben überhaupt. So, was haben wir denn hier? Schmiede. Kein Material. Was? Warum? Kupferbarren. Mach halt welche. Arschloch. Ach Gott. Alles muss man... Aber die müssen selber auch Kupferbarren machen können eigentlich in der Schmiede. Aber ich glaube, dann habe ich wieder zu wenig. Ich mache... Ich mache sie einfach selber. Ist okay. Das ist kein Problem. Ich mache euch eure Barren. Ich mache euch eure Barren. Da habe ich überhaupt gar keine Schmerzen mit. Eisenerz. Kein Problem. Kupfererz. Auch kein Problem. Dann hier... Was haben wir noch? Zinnerz. Ist auch überhaupt gar kein Problem. Ich mache euch das alles fertig. Ihr müsst hier nichts mehr machen. so... Mann, ihr seid zu zweit, Leute. Mach mal weg. Gott, wie kann man so langsam arbeiten. Also wirklich. Mann, 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 Mann. Mach mal hier Kupfer. Volle Kanne. Wir haben jetzt genug Zeit, um den Channel auch einfach mal zu abonnieren. Was haltet ihr dann davon? Ich sage es ja nur. Also, die Möglichkeit würde... Die wäre auf jeden Fall da. Ne? So. Dann machen wir... Nein. Eingemacht. Super. Äh... Wobei Eisen... Eisen... Doch, Eisenbarren würde ich auch direkt machen, ne? Gucke mal. 88. Klar. Geht voran, würde ich sagen. Also geht voran. Puh. Ah, herrlich. So. Supi, toll. Warte mal, ich packe euch das mal auch hier in die Truhe rein. Hier habt ihr noch einen Kupferbarren. Ich verstehe. Ich packe euch das hier rein. Nicht, dass ich das irgendwie wieder verwechsel oder so. Hier, Bronzebarren kannst du haben. Eisenbarren packe ich mal nicht hier rein, offensichtlich, weil die Kiste dann voll ist. Kupferbarren, alles rein, was geht, ne? So. Äh, guck mal, wir haben Bronze, Kupfer, äh, ein bisschen Rest Eisen und dann ist das doch schicke hier. So, komm. So. Ich nehme mir, äh... Ich nehme hier auch alles raus hier, ne? So, so, so. So. Weiß nicht, warum das hier alles drin ist, wenn ich ehrlich bin. Holzsperr, boah, kein Mensch. Bronzeaxt, Holzschaufel. Oh mein Gott, genau. Habe ich da wahrscheinlich irgendwann mal reingepackt. Ich packe das hier einfach rein. So. Äh, dann haben wir... Hier ist da was, gönnt euch die Axt. Gönnt euch einfach die Axt, ich will sie gar nicht mehr haben. Äh, einfache Fackel, Eisenaxt, Fackel, Holzbolzen, Holzsperr, hier, wie gesagt. Ich weiß nicht, was ihr damit anstellt. Ihr macht damit schon irgendwas. So, Kupferaxt, gönnt euch. Da haben wir doch überhaupt gar keine Schmerzen. Steinaxt, Steinmeister, Steinspitzhacke. Zur Not geht das auch, ne? So. Ich würde ganz gern was trinken, aber dafür bin ich hier falsch. Es wird Zeit für eine Schenke. Also ganz ehrlich. Es wird langsam Zeit für eine Schenke. So. Einmal trinken. Und dann würde ich ganz gerne, ähm, glaube ich auch mal mein, äh, wo habe ich den? Was ist mein Wasserschlauch? Was habe ich hier alles? Ist ja Wahnsinn. Ähm. Wo hätte ich denn mein Wasserschlauchlein? Nicht hier offensichtlich. Oh Gott. Hier aber auch nicht. Ist ja bestimmt im Allgemeinen. Wie heißt der, äh, äh, Wasserschlauch? Ne, Wasserschlauch? Heißt der so? Der heißt nicht Wasserschlauch. Ich weiß es ganz genau. Ähm. Dim, 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 dim. Bin ich schon vorbei? Wahrscheinlich. Ach, du würdest mich doch verarschen. Der... Wo ist er hin? Trinkschlauch heißt der doch eigentlich, oder? Hä? Hier. Junge. Junge, 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 Junge. Füll mal deinen Trinkschlauch auf. So. Sehr schön. Das werde ich nicht nochmal machen. Alles klar bei euch? Hm. Ich hab hier mal gewohnt. Das war schön. Na, der ist. Jut. Brauchen mehr Häuser. Und ich brauch mehr Trinken. So, Zäune kommen später, ne? Wir machen hier erstmal noch ein paar... Hier. Hier fehlt auf jeden Fall... Hier fehlt ein Haus. Ich bin... Ich bin mir ganz sicher. Ich bin mir nicht sicher, was... Oh, Bären. Da bin ich mir aber sicher, dass ich die haben will. Bärchen, 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 Bärchen. So, so, so. Oh, hier auch. Das ist ja... Hier ist ja das Bärenparadies. Direkt vor der Tür. Direkt im Garten eigentlich. Und ich renne Kilometer weit. Und ich renne Kilometer weit. Die hat Vergangenheits-Devore wahrscheinlich extra stehen gelassen. Damit ich die hier pflücken kann und danach ein Haus drauf baue. Das ist genau das, was passieren wird. Oh, Alter. Was ist denn hier los? Jackpot. Das ist ja super. Die haben sich bestimmt heimlich vermehrt, als keiner hingeguckt hat. Haut ab. Das ist wirklich... Leil, 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 leil. Hat sich ausgeleilat. Hier noch ein paar... Die Tollküche kannst du behalten. Die esse ich doch wieder heimlich nachts. Und dann wundere ich mich, warum ich Bauchschmerzen habe. Wisst ihr was? Ich will doch hier nur... Ich will doch hier nur... Ach du Scheiße. Und wie sind? Willst du mich verarschen? Kacken. Ganz ehrlich? Hör auf, mich anzugreifen. Ich mag das nicht. Ich muss dich... Ich muss dich leider jagen. Oh Gott, oh Gott. Das hilft nichts, weil... Du frisst sonst meine, meine, meine Dorfbewohner hier. Das kann ich nicht zulassen. Noch eins. Hau ab. Unglaublich. Oh nein. 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 Ich bin fast tot. Oh Gott. Warte, 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 warte. Lass mich mal einen Heiltrank nehmen hier. Ach du Scheiße. Na, der hat ja richtig was gebracht, der Heiltrank. Ähm. Breitwegerich? Ne, ist super. Raus aus meinem Dorf. Ah. Artet ja hier in Arbeit aus. Aber ganz ehrlich. Oh, Kupferfeil. Gib mir das. Da ist noch eine. Da ist noch ein Wiesent. Natürlich. Was auch sonst. Ich seh mich das heute noch jagen. Aus Versehen. Natürlich. Schleich mich heute Nacht an. Und dann gibt's Wiesent-Schaschlik. Yummy, 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 yummy. Da freu ich mich drauf. So, ich mach hier mal, äh, alle Bären rein. Wie viele passen hier rein? 600. Cool. Äh, dann mach ich die restlichen Bären hier rein. Und... Ja, noch irgendwas Interessantes. Was wir hier reindonnern können. 162 Fleisch. Sehe ich jetzt nicht so. Das sehe ich irgendwie gar nicht. Roggen, Bier... Nö. Gucken, was hier so geht. Ähm. Oh, stimmt. Wir können Fleisch mit, mit, äh, Fleisch mit Soße machen. Yummy, 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 yummy. Wir haben ja Zwiebeln und alles. Fleisch mit Soße. Oh, ich liebe es. Suppen, das war anderes. Ähm, Fleisch mit Soße. Ich brauch Zwiebeln und gebratenes Fleisch. Und noch ein paar Holzteller vielleicht. Zwiebeln und gebratenes Fleisch. So, dann packe ich einmal das Fleisch hier weg. Dann nehme ich einmal das alte Fleisch. Ne, das... Ja, ja, das alte Fleisch nehme ich. Dann nehme ich Zwiebeln. Ähm. Verdorbenes 200. Okay, cool. Ist irgendwie, irgendwie schön. Ich weiß nicht so richtig, warum, aber es ist schön. Ähm. Ähm. Bum, 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 bum. Holzschalen. Also entweder machen wir noch welche oder ich habe hier noch welche. Guck mal hier. Dünger 9. Dünger 9. Ja, läuft, 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 läuft. Das läuft. Karottensamen. Holzschalen habe ich gesucht. Ne? Die müssten dann ja bei H sein eigentlich. Sind sie aber nicht. Das heißt, ich mache mal ein paar Holzschalen. Holzschalen. Hier. Holzteller. Holz... Es war ein Holz... Ne, das kann nicht sein. Ich habe doch schon mal welche gemacht. Da brauche ich doch keine Holzschalen. Die hätte ich doch schon mal sonst machen müssen, oder? Holzteller. Sag ich doch. Holzteller. Mache ich mal noch ein paar. Ja, du kriegst gleich was zu essen. Es wird gekocht. Äh, machen wir mal. Ja, muss reichen. Wir haben jetzt ja ein paar Dorfbewohner mehr. Das darf man nicht vergessen. Das heißt, so 50 Teller wären doch schon mal... Es sind 250 Teller, natürlich. Ich habe gerade 50 Baumstämme. Ich vergaß. Gut, das wird reichen, bis... Naja. Ich... Ich brate alles weg. Also alles, was wir an Zwiebeln haben, brate ich weg. Und dann mache ich mir hier... Schönes, schönes, leckeres Süßchen. 81 nur. Okay, krass. Krass, 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 krass. Es ist immer noch zu wenig Zwiebeln. Not bad. Not bad. Okay, aber was fehlt denn jetzt? Zwiebeln tatsächlich. Wir brauchen drei Zwiebeln. Werkstatt 3, cool. Hilft mir auch gerade nicht. Was können wir denn noch? Was können wir? Wir haben Karotten. Wir könnten einen Eintopf machen. Wir können aus Karotten können wir einen Eintopf machen. Das wäre vielleicht nicht verkehrt. Und aus Kohl können wir dann... ...ne Kohlsuppe machen. Rote Beete. Pilz... Ja, Pilz ist... Wobei Pilz, Steinpilz, Riesenschirmling, Edel... Hm, wir würden auch irgendwie gehen, ne? Was haben wir hier noch? Gemüßensuppe. Das sehe ich ja gar nicht. Ähm, okay. Da würde ich Möhrchen noch nehmen. Ah, dafür brauchen wir eine Schale, ne? Habe ich das richtig? Ist das so? Was haben wir denn hier noch? Brei? Ja, ist doch okay. Äh, hier brauchen wir Holzschale. Genau. Holzschale. Da kann ich auch noch tausend Stück von machen. Das ist überhaupt gar kein Problem. Holzschale ist diese hier. Dann machen wir mal... Nicht so viele. 20. 24. Anscheinend 24. Ich weiß nicht warum. Machen wir einfach. So, dann haben wir insgesamt 120. Ja. Er geht mir auf den Sack. Also ganz ehrlich. Das ist ja hier Fleisch mit Soße. 50 Prozent. Einmal hier. Ne? Dann nochmal. So. Wunderbar. Äh, dann würde ich sagen... Einmal hier rein. Dann können wir hier die Karotten mitnehmen. Karotten. Dann nehme ich hier noch... Äh, ein bisschen Fleisch mit. Alles. Und dann packen wir rein. Fleisch mit Soße. 70 Mal. Wupp. Und gebratenes Fleisch. Ballern wir hier noch mit rein. Achso. Das ist ja Quatsch. Das ist ja Quatsch. Irgendwie aber komplett mit. Und dann gucken wir mal... Wie viel wir hier rausbekommen. Ist schon gemütlicher. So. Bitte einmal anmachen das Ganze. Dankeschön. Äh, waren das Suppen gewesen? Das war ein Eintopf. Genau. Oh, das wird lecker. Oh, das ist lecker. Ich habe nur 120 Holzschalen. Okay. Also kann ich nur 120 Eintöpfe machen. Ist irgendwie logisch. Schade. Habe ich jetzt zu wenig von gemacht. Das ist unglaublich. Das kannst du keinem erzählen, ne? Also, wir brauchen noch... Ich würde sagen... Naja, 68... Nee, 68. Nicht 30 dann wahrscheinlich noch, ne? 30. Das heißt... Hier sind 5, 6 Stück. Müsste ja eigentlich eventuell reichen. Theoretisch. Ich weiß was. Ich mache noch... Ich mache noch eine mehr. Also 5. Das müsste dann ja wohl passen. Eventuell vielleicht. So... Nee, das wollte ich nicht. Ich wollte hier rein. Und dann hier rein. Guck mal. 13. Ich weiß nicht. Da habe ich mich leicht verrechnet. Eventuell vielleicht. Ich habe es nicht so mit rechnen. Ich bin erst 18, glaube ich. Oder 19. Ich bin mir nicht sicher. Und mein Topfschnitt sagt mir... Ich habe kein Fleisch mehr. Ich habe kein Fleisch mehr. Das ist das Problem. Aber das ist auch nicht schlimm. Ach so, hier. Bim, 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 bim. Futter. Dann machen wir jetzt... Eintopf machen wir hier mal so... 103... Und 20. So. Wunderbarst. Mal gucken. Könnte ich eigentlich... 18, 17. Könnte man fast verkaufen. Das lohnt sich auch nicht so richtig. Gebratenes Fleisch. Kommt auch hier rüber. So. Und dann haben wir hier futtern. Buh, das ist... Ja, hä? Wir haben noch... Ah, wir brauchen ein anderes Fleisch. Okay. Wann aber? Das kommt hier mit rüber. Wir brauchen ja frisches. Also un... Ungebratenes Fleisch dafür. Weil ich es so ordentlich unbedingt schlimm finde. Äh, breitwiegerig. Apfelwein. Ähm... Roggenbier. Zum Glück wird das alles nicht schlecht. Äh, Plantage wäre auch noch ein Ding, ne? Plantage wäre auch noch ein Ding, auf jeden Fall. Da müssen wir auch noch mal ran. Ähm... Ich geh mal im Bett. Reicht mir schon wieder für heute. Es räucht mir. Ich will hier rüber. Ich will so eine Brücke rüber haben. Warum geht das nicht? Schon frech. Es geht wahrscheinlich irgendwie und ich weiß es nur nicht. Das ist wahrscheinlich das eigentliche Problem. Ich hab's einfach noch nicht rausgefunden. Aber ich wüsste nicht... Zäune macht keinen Sinn. Gebäude macht keinen Sinn. Gut, eigentlich... Ich meine, man kann ja mal gucken. Gewinnung, aber... Irgendwie nicht. Was kann man denn hier noch machen? Holzschuppen, Holzschuppen 2. Grabungsschuppen. Ich weiß gar nicht, ob ich Holzschuppen 2 überhaupt gebaut habe. Grabungsschuppen, Mine. Brunnen. Ja, langweilig. Ähm... Häuser sind klar. Überleben. Hier, Kräuterhütte. Wäre auf jeden Fall noch ein Ding. Jagdhütte passt. Fischerhütte auch. Die hat zwar keine Ahnung, was sie da macht. Aber naja, gut. Feldschuppen, die Mühle wäre ganz cool. Aber da brauchen wir noch ein bisschen was für tun. Äh, Plantage wäre ganz nice auf jeden Fall. Ah, ja, gucken, wohin? Tierhaltung, Stall. Ja, auf jeden. Und dann Pferde verkaufen. Alter Schwede. Aber ich will auf jeden Fall entweder Gänse oder Hühner. Ich würde eher sagen... Eier und Federn, Eier und Federn. Hey, warum... Oder, beides. Äh, Produktionsschmiede 3. Näherei. Ja, bin ich... Ist noch nicht... Küche 2 kann ich machen. Das ist auch schön. Werkstatt 3. Ich glaube, ich habe noch die 1. Die hier will ich halt. Aber da fehlt auch noch ein bisschen was. Und Lager. Nahrungsmittel Lager 2 könnte man auch machen, ne? Ja. Wir haben noch ein bisschen was zu tun. Achso, ich wollte aber eigentlich... Wege ist halt... Das ist das Ding. Das es gibt nur eine Art Weg. Keine Brücke oder so. Das finde ich halt... Finde ich alles sehr schade. Und wobei es ja im Spiel implementiert ist. Das darf man ja auch nicht vergessen, ne? Also... Es wäre ja möglich. Wir haben es ja schon gesehen, dass es es gibt. Aber nicht für uns. Offensichtlich. Was höre ich? Hier ist doch jemand. Sag mal. Bin ich? Oder ist das die Lampe? Weiß ich nicht. Ähm... Ich wollte ein bisschen Deko aufhängen, ne? Ich wollte ein bisschen Deko machen. Stroh. Ne, sehe ich nicht. Aber mir fehlt noch... Ach, Leingarn habe ich nicht. Löwenzahn, Leingarn. Leingarn fehlt mir. Den müsste ich vielleicht auch mal machen. Zukünftig wieder. Ich gehe mal ins Bett, ne? So. Gute Nacht. Achso. Ich, ähm... Ich, ich mache das anders, ne? Ich, äh... Verabscheue mich schon mal für diese Folge. Ich habe gerade aus Versehen wieder auf die Uhr geguckt. Es tut mir leid. Ich verabscheue mich für diese Folge. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen um dieselbe Zeit in der nächsten Folge wieder. Bis gleich. Ciao. Ciao.